Ihr wollt als nächstes, dass ich eine Original-Wara-Pizza mit Sauerkraut probiere? Dabei gibt's nur ein Problem. Ich hasse Sauerkraut. Das wird ein Spaß. Wenigstens riecht die Bella Napoli gut. Ich will nicht. So. So. Boah. 0 von 10.5 Schreibt mal in die Kommentare, was ich als nächstes auf meine Pizza packen soll. Und seid bitte lieb.